Ich bin einfach froh, Teil dieses Prozesses sein zu dürfen. Ich mache nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber das war erst mal mir ein tiefes inneres Anliegen zu sagen und Ihnen allen auch deutlich zu machen, was wir hier heute machen, ist ein Anfang einer Bewegung, die ganz Österreich und hoffentlich auch ganz Deutschland und möglicherweise auch irgendwann ganz Europa erfassen wird. Der Impuls... Und wir dürfen, um das auf den Punkt zu bringen, und diese Bewegung ist eine Emanzipationsbewegung des Menschen. Und wir dürfen, um das auf den Punkt zu bringen, und diese Bewegung ist eine Emanzipation. Vielen Dank.